Ich bin seit über 20 Jahren in der UBS-Fondsleitung und seit einiger Zeit tätig, auch bei der Prüfungskommission der Fönder Akademie. Ich liebe diese Initiative, ich finde die ist absolut einmalig in der Schweiz, insbesondere weil sie eben den jungen und anderen Kollegen hilft, sich weiterzubringen in einem Thema, wo sonst niemand viel Aufmerksamkeit schenkt. Also ich würde jedem ermuntern, bei der Fönder Akademie auch etwas zu tun, zu unterstützen, aber warum nicht, Unterricht zu nehmen. Auch ein kleines Augenzwinken an Rainer, dass ich so viel einsetze dafür.